Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, es ist Mittwoch, der 11.12.2019 um 6.06 Uhr, ich bin relativ früh dran, ich war 5.30 Uhr wach, eigentlich schon 5 Uhr. Da dachte ich mir so, ach komm, eine Stunde kannst du noch und dann nach einer halben Stunde, ach komm, jetzt stehst du auf. Ja, neuer Tag beginnt und was soll ich sagen, ich freue mich, dass es heute schon Mittwoch ist. Wir müssen heute ein bisschen Möbel rücken, heute ist die Vorstellung unseres neuen Fachbereichsleiters. Irgendwann um 10, 9.30 Uhr, nee um 9, glaube ich sogar schon und um 8.30 Uhr müssen wir dann schon Stühle rücken und so weiter. Ich bin gespannt, wie das so wird, geht glaube ich nur eine halbe Stunde Termin, 9.30 Uhr bis 10, ja ich glaube schon. Und wir kriegen jetzt für ein halbes Jahr, bevor der Mann in Rente geht, einen neuen Fachbereichsleiter, der sich heute dann vorstellen wird. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Heute nach der Arbeit werde ich wieder ein bisschen streamen, gestern habe ich es ja zeitlich nicht so wirklich geschafft, aber heute sollte es klappen, dass ich dann wieder ein bisschen Witcher spiele, 1-2 Stunden. Ansonsten werde ich heute Abend noch Plätzchen anmalen und schokoladisieren und verpacken, denn am Wochenende fahren wir in den Wald und da brauche ich ein paar, brauche ich ein bisschen Material. Und sonst so, gestern waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, Kollegen aus meinem Büro und Icke, ich war ein bisschen später dran, weil noch so viel zu tun war in der anderen Abteilung und wir haben Glöbern getrunken, wir haben Bratwurst gegessen und es war echt schön. Es war sehr angenehm mit den Damen und dem Herren da rumzulaufen und ein bisschen zu quatschen. Es ging zwar hier und da oft um Arbeit, aber ja, so ist das nun mal. Ja, da habe ich gestern Abend nochmal einen IRL-Stream für eine halbe Stunde gemacht mit dem iPhone, habe den Adapter ausprobiert mit dem Mikro, das funktioniert wunderbar. Einziges Problem, das Mikro saugt richtig viel Strom, also in einer halben Stunde ist der Akku von 80 auf 30% reduziert worden und da ich momentan über das Lightning-Ding gehe, über den Lightning-Anschluss, ist es so, dass während ich dann über das Handy streame, kein Stromaufladen möglich ist. Ich habe mir jetzt einen Splitter gekauft, der aus einem Lightning zwei Lightning macht und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn man das während man dann einen Stream macht, lädt, ob der Input des Stroms, den sich das Gerät aus der Steckdose zieht, höher ist als der Verbrauch des Mikros. Ich schätze mal eher nicht, aber wir werden es ausprobieren. Ich habe auch noch irgendwo ein Standmikro, ein kleines, was über die Audiobuchse, diese Klinke, nee, wie heißt denn das? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, also da, wo eigentlich früher in den alten iPhones der Kopfhörer reinkam, was ja jetzt alles, im bestenfalls über den Lightning-Anschluss geht. Darüber könnte ich mir nochmal ein Standmikro anschließen, das wird vom Stromverbrauch an auch nicht so groß sein und ansonsten müssen wir mal gucken, es gibt ja durchaus direkt kleine Mikrofone für iPad und iPhone, die über Lightning funktionieren, aber das ist dann halt wieder ein Kostenfaktor von 50 bis 100 Euro. Also schauen wir mal, gucken wir mal, ja, gut, aber hat soweit ganz gut funktioniert, jetzt muss ich nur noch den Bereich da hinten ein bisschen dekorieren und, ja, schön machen. Gestern stand da noch eine Newka-Cola-Flasche, die ab und zu geleuchtet hat. So, das ist es jetzt von mir. Ich habe gestern noch ein bisschen Ratchet Redemption gespielt, Dailies gemacht und ein bisschen gesammelt und heute Abend werde ich nach dem Streamen wahrscheinlich ein bisschen mit Jermaine spielen, fällt mir das ein. Ich kann heute gar keine Plätzchen schokoladisieren. Wann soll ich denn das machen? Ich bin bis 16 Uhr auf Arbeit, 17 bis 19 Uhr streamen, 19 bis wann mit Jermaine zocken und danach gehe ich ins Bett. Ich habe gar keine Zeit zum Schokoladisieren. Mal gucken, ob ich das dann am Donnerstag mache. Aber Donnerstag geht auch nicht, weil ich da in die Sneak gehe. Ich gehe morgen in die Sneak-Preview. Ach, scheiße. Oh Mann, ey, Zeit ist echt ein Problem bei mir momentan. Dann muss ich Jermaine vielleicht heute verschieben und sagen, ich kann nicht, ich muss Schokolade um die Plätzchen machen. Zumindest für Muschel und Sparrow. Mal gucken, wie ich das zeitlich alles gebuckt kriege. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich das auch heute nach dem Spiel mit Jermaine, irgendwann um 11 oder so. Shit. Shit, zu viel los, zu wenig Zeit. Ich brauche Urlaub. Naja, nächste Woche ist es ja soweit. Adventskalender vielleicht noch. Gab es wieder eine goldene Kugel im Lindt-Kalender. Ein Stück Schokolade im Ikea-Kalender. Ja. Und es gab noch zweimal Tee. Und zwar einmal einen blauen Tee. Petersburger Winter. Schwarztee aromatisiert. Schwarztee, Orangenschalen, Mandeln, Zimt. Äh, was? Aroma. Honigkraut. Warte mal. Honigkraut. Ich brauche vielleicht wirklich irgendwann eine Brille. Also das ist der Schwarztee. Ja. Und dann haben wir noch Tee aus dem Cosme-Tee-Kalender. Bouquet de Fleurs. Blumenbouquet. Äh, Zitrusfrüchte und Blumen-Flavoured-Black-Tea. Schwarzer Tee. Ja. Tada! Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Mittwoch. Und wir sehen uns heute Abend um 17 Uhr bei Witcher 2. Ja. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.